Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich Fußball viel erreicht, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich damals halt ausgereizt war. Lüg, auf die Linie bleiben! Schnell, gell? Schnell, gell? Im Kopf willst du immer noch so wie früher, aber es geht halt alles viel, viel langsamer. Ich war früher auf Fußballspielen, jetzt nicht mehr. Das muss sich ändern, nicht so? Trainer, wie geht's? Gut. 20 Jahre her, ne? Ja. Ja. Das ist gar nicht so. Das ist ja kein Problem. Ja, das war das, ja.